hallo freunde und herzlich willkommen heute mal ohne ein intro ich habe so viele anfragen bekommen ob ich die möglichkeit habe mal zu zeigen wie sieht denn so ein erdfall aus oder was kann man da machen wie viele erdfälle gibt es denn eigentlich und das ist alles so truppen übungsplatz mäßig und da muss man natürlich höllisch aufpassen weil nicht alles ist ein erdfall was man im digitalen geländemodell sieht aber meistens sind wir da schon mal an der richtigen stelle und ich wurde dann gefragt von wegen nah ist es denn jetzt der erdfall von davon dort was ist es denn kann ich was darüber machen das will ich mal machen aber bevor ich anfange muss ich mich ganz tief verbeugen und muss um entschuldigung bitten wir haben eine sache endlich klären können und das war tatsächlich eine falsche aussage wie soll ich das jetzt ganz ernsthaft sagen also der film die front hinter den linien teil zwei teil eins teil drei ist ja gedreht worden zum großteil auch in deutschland und in russland und das interessante ist dabei dass diese unterirdischen sachen tatsächlich so beschrieben sind in russland auf der seite von mosfilm dass diese filme tatsächlich gedreht worden sind unter dem truppen übungsplatz ohrdorf so steht es da tatsächlich in russisch das interessante ist jetzt aber tatsächlich dass ich es geschafft habe den kontakt zu herrn luz riemann zu schaffen das ist ein ddr schauspieler ich weiß wo ich wo der wohnt ich habe auch noch mit dem ein interview vor da werden wir das ganze noch mal deutlich machen das ist auch schon besprochen das werde ich machen ich werde zu dem nach hause fahren und ein interview machen und dann können wir das ganze noch mal aufbröseln er sagte aber dass die unterirdischen dreharbeiten tatsächlich in mittelbau dora passiert sind die sind nicht unter dem truppen übungsplatz da ist also die information aus russland falsch es ist tatsächlich passiert unter der anlage mittelbau dora deswegen ist auch diese ausfahrt mit der auffahrenden klappe die wir ja schon gekennzeichnet haben in b 13 das ist die nördliche teil dieser anlage dann haben wir das gefunden was mich natürlich jetzt fasziniert ist dass tatsächlich diese ganze fabrik komplex der da in den videos zu sehen ist so heute gar nicht mehr irgendwie zu sehen ist das muss also eingesprengt sein oder ähnliches ich weiß nicht wer von euch mal in mittelbau dora mal ganz hinten drin war und sich das mal angeschaut hat kann dazu ja mal was schreiben oder mal was erzählen da wie gesagt sind wir dran so das ist wie gesagt auch einmal das was forschung sagt man kann sich irren man kann es auch bestätigen und man kann dazu stehen das mache ich hiermit also bitte 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 jetzt zerreißt mich nicht wieder in der luft ich habe einen fehler eingesehen den wir aber wie gesagt auf russischen quellen beruhend gemacht haben bis dann ist das erst mal geklärt so jetzt kommen wir hier mal zu dem video das läuft ja hier unten ich seht es ja ich habe das jetzt mal mit laufen weil wir hatten sich ja mal beschwert dass das mit der kamera festhalten immer so blöd ist deswegen habe ich das jetzt mal mit einem spezialprogramm gemacht so wie gesagt und es gibt jede menge erdfälle in dem bereich hier sieht man zum beispiel zwei von diesen dingern da ist mindestens einer von einem erdfall wir haben hier drüben wieder einen erdfall auch das ist eingestürzt da gibt es so einige sachen die sind aber nicht tief eingestürzt hier ist der nächste wenn ihr dazu die orte haben wollt dann könnt ihr das gerne haben also das hier zum beispiel ist jetzt hier bei ordruf wir haben hier eine ganze reihe das mache ich mit der maus hier mal eine ganze reihe von einbrüchen und da haben die russen drin gesprengt das habe ich ja auch in dem buch schon mal geschrieben hier war nämlich die russische einfahrt später und hier war die alte deutsche und da geht nämlich noch ein zweiter tunnel hier lang der geht hier einmal quer weg das sind so die sachen wo man sagen kann das sind erdfälle da wissen wissen wir das auch jetzt können wir mal weiter zu den großen erdfällen auf dem truppenübungsplatz also der hier soll der sein der angeblich irgendwo hier ist einer das ist aber noch nicht der die sache mit dem musketierberg denn das ist hier die kiesgrube bei bittstedt das heißt also wir sind hier bei nähe von bittstedt und ein bisschen weiter westlich und der musketierberg das wäre theoretisch soweit ich mich jetzt hier orientieren kann muss das irgendwo in diesem gebiet hier sein ja und da ist natürlich die frage wie dicht hat man es zugemacht das kann also sowas sein das kann das hier sein hier sind trichter zu sehen ich gehe mal von sprengungen aus das könnte hier sprengungen sein da sind also vielleicht irgendwelche tests sachen hochgegangen das hier glaube ich auch nicht dass das ein erdfall ist da muss man eben wie gesagt ganz vorsichtig sein also das hier würde ich eher noch als erdfall nehmen dass da was eingesagt ist aber wie gesagt das ist sehr schwer zu sehen ich versuche hier auch sozusagen nur mal ganz kurz mal diese meinungen zu sagen und was wir davon halten denn wir sind ja jetzt hier auf der strecke zwischen bittstedt und mühlberg also mühlberg ist jetzt hier das ist die mühlburg hier oben hier ist mühlberg und dann haben wir halt hier drüben die ortschaft bittstedt hier ist das führerhauptquartier die sache wo es immer erzählt wird und wenn man das jetzt mal hoch nimmt dann sieht man alleine schon über dem führerhauptquartier drei erdfälle hier hier und da das interessante dazu ist sind diese linien die daneben bei sind dass ich jedes mal hier mit der maus ab das ist ja dann entsprechend auch eine interessante geschichte das sind nämlich tatsächlich bohr reihen die man da irgendwann mal gemacht hat mich würden natürlich interessieren wo sind die bohrergebnisse von dieser bohrung das hat hier aber nichts mit dieser bohrung zu tun die da irgendwann mal von so einem jüdischen verein gemacht worden sind dazu werden wir noch mal extra kommen das hier ist wie gesagt eine ganz andere geschichte ja so dann haben wir hier die wachsenburg das ist die geschichte hier ist die mühlburg und dann müssen wir natürlich sagen irgendwo hier zwischen irgendwo müsste das sein das hier ist die kupferstraße die hier lang geht also das hier ist die kupferstraße ich mache das gerade hier mit der maus das ist auch die grenze vom truppenübungsplatz das heißt also theoretisch könnte man auch dieses loch hier sehen dass es vielleicht das hier war das wissen wir nicht das weiß keiner weil in den akten die ich habe wie gesagt geht das nicht hervor es geht nur davor dass es zwischen mühlberg und wittstedt war das können wir nicht genau sagen und da wollen wir auch nicht weiter darauf eingehen weil hat einfach keinen sinn sich zu streiten aber wie gesagt es gibt nicht nur einen erdfall auf dieser fläche es gibt mehrere und ich denke mal da wird noch einiges kommen was man so sieht denn wenn man das ganze genau sieht entsprechend dann gibt es löcher überall also hier zum beispiel ist es eine einsackung das wissen wir nicht ob das tunnel sind die zugesprengt worden sind dass sich das nach unten durchgearbeitet hat das kann ich zum beispiel hier am bienstein mal ganz genau zeigen das mache ich mal ganz kurz da gibt es ja eine einsackung die durch eine sprengung passiert ist ich mache das mal ein bisschen deutlicher hier seht ihr sie dass es dieser teil hier ich kann ja dieses 3d bild in allen richtungen drehen und dann seht ihr hier auch mal wie das im digitalen geländemodell vom jonastal aus hier sieht dass es tollen 1 und dann geht es hier rüber das ist also sozusagen hier mal die geschichte für uns ist es natürlich viel interessanter wenn man dann so was mal hier sehen ich will sich das mal kurz zeigen dass hier sind natürlich richtig interessante steuern hier könnte das mal sehen da sind eingänge die uns auch natürlich interessieren auf dem tropenübungsplatz das hier müsste das gelände der roten hütte sein also so in der art setzt sich das fort hier haben wir noch mal so ein loch der das ist gegraben worden da hat mal jemand geschaufelt wahrscheinlich mit dem bagger sieht sehr groß aus hier sind zwei löcher aber das ist eben das problem wir können nicht sagen ob das alles erdfälle sind oder natürliche begebenheiten hier auch wieder so ein loch das ist eben das problem offiziell gibt es im moment zwei erdfälle nämlich den der in der mitte ist an diesem musketierberg und es gibt den zweiten der an dieser strecke ist zwischen bittstedt und mühlhausen mühlburg das sind einfach die sachen ich verwechsel die namen immer wieder ich bin da ja nicht so richtig drin so aber wie gesagt das ist hier noch mal das digitale geländemodell in 3d und wir haben hier die möglichkeiten wie gesagt uns alles anzuschauen hier zum beispiel kann ich auch mal zeigen das sind die reste der muna wobei uns im moment noch dieses objekt hier rechts interessiert wo ich gerade mit der maus dran bin weil es gibt quellen die sagen es gibt einen unterirdischen bahnhof an der munagra winkel da gibt es zeitzeugen aussagen die hätten da züge beladen also wo ist die einfahrt das ist die einzige gleis der richtung muna geht und ist aber oberirdisch gemacht worden das ging also glatt über die straße und das habe ich mir schon mal angeschaut direkt vor ort aber ja ich komme nicht weiter es gibt nichts was diese sache irgendwo bestätigt da müssen wir auch noch mal ran also es gibt so viele sachen das ist wie gesagt erst mal das was ich euch zeigen wollte also wie gesagt die eine sache ist entkräftet das ganze ist gedreht worden in mittelbau dora das ist die eine sache und die zweite sache das ganze hat was tatsächlich mit erdfällen zu tun die nicht alleine an zwei stellen sind sondern viel mehr in dem sinne wieder mal eine neuerung ich wünsche euch was tschüss